Die EZBit 4K, heute schauen wir uns das MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi etwas an, beziehungsweise packen es einfach mal aus, das kam gerade mit der Post und ich würde sagen, ich schaue da nochmal rein. Hier haben wir das Board selber, ich hatte es eben schon mal ausgepackt, aber da hat sich ein kleiner Fehler in meine Aufnahme eingesteckt. Wir packen das einfach mal trotzdem auf die Seite und schauen uns einfach das Zubehör an. Wir haben hier die SATA-Kabel-Labels, um halt unsere SATA-Kabel zu beschriften. Einmal eine Case Stand Notification, dass wir natürlich die ganzen Abstandsbolzen nicht vergessen sollten. Die Registrationskarte, den Quick Installation Guide, natürlich das etwas zerdötschte Handbuch, wo alles mögliche auch noch drin steht. Die Treiber-CD mit den ganz nötigen Treibern, ein bisschen Reklame für andere MSI Produkte. So, hier haben wir die WLAN Antennen, weil wir haben hier eine WLAN Karte on Board. Ein Aufkleber, zwei SATA-Kabel und zum Schluss natürlich auch die M2 Schrauben. Müssten drei Stück sein, ja genau, drei Stück. Und da hat der Karton. Dann schauen wir uns mal das Board selber an, welches sich hier befindet. Nehmen wir es einfach einmal raus. Ich habe es natürlich schon einmal ausgepackt, ich kenne das Board jetzt auch schon, aber ich wollte es euch natürlich auch zeigen. So, zack, hier haben wir den Brecher, das MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi. Wir können sehen, einen richtig großen Chipsatz-Kühler, einen sehr, sehr großen Spannungswanderkühler. Hier auch nochmal einen mit insgesamt 14 Phasen oder 12 plus 1 plus 1. Für die integrierte Grafikeinheit natürlich auch und die CPU-Kerne. Joa, wir gehen einfach mal jetzt hinten dran einmal. Ne, haben wir hier die Anschlüsse. Wir haben zweimal USB 2.0, hier ein PS2, Displayport, HDMI, ein USB 3.1 Gen 2 Anschluss und natürlich auch ein Typ C. FIMA USB 3.0, eine LAN-Buchse, die WLAN-Antennenpunkte, nenne ich es jetzt mal und den Soundchip bzw. Soundanschlüsse mit TOS-Link. Ja, innen drin den X16, ein X1 von dem PCH, ein X4 müsste das sein. Der kommt auch vom PCH aus, von da, meine ich, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und auch hier unten nochmal ein X1. RGB-mäßig kann man hier sehen, wir haben da unten einen 3-Pin. Unten, der ist kein RGB-Anschluss, der befindet sich da. Da ist der 4-Pin. Wir haben jede Menge Lüftanschlüsse, da sind zwei. Hier oben befinden sich zwei. Da ist der CPU-Fan-Anschluss. Und etwas versteckt zwischen dem Kühler für die M2-Geräte ist noch einer. M2-Anschlüsse haben wir hier und hier. Die dann auch vom PCH auskommen. Ja. Dann haben wir 4 S-Aterports, äh 6. Da und da. Da sind vier. Hier unten sind nochmal zwei. Wir haben einen 3.0 für die Front. Und einen 3.1-Anschluss für die Front. Für die der 4-Ram-Bänker haben wir auch noch. Natürlich den LGA-1200-Sockel, der jetzt neu dazugekommen ist. Für die neue 10. Generation. Ich werde auch dieses Board testen mit einem 10.900K. Da werden wir auch mal gucken, was da so übertaktungsmäßig geht. Aber was Wahnsinn ist, ne? Sind diese unglaublich großen Spannungswanderkühler. Das hier ist alles Metall. Das ist schon nicht verkehrt. Ich hoffe, das werden sie auch bei der nächsten Generation von AMD auch so behalten. Weil das sind wirklich richtig, richtig dicke Kühle. Auch der von den anderen Phasen hier oben. Auch sehr, sehr groß. Also da wird auf jeden Fall was mitgehen. Und ja, was wäre es zu dem Board? Ich kann es leider noch nicht testen. Weil halt leider noch keine CPU oder sonst irgendwas da ist. Bis jetzt nur das Board. Und würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lass es mich wissen. Ja, ein Abo wäre schön, weil es werden auch mehr ausgepackt kommen. Weil wir brauchen ja nicht nur ein Mainboard für den ganzen PC. Wir werden diesen PC auch bauen und gemeinsam testen. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Je nachdem, was ihr machen wollt, ist mir persönlich egal. Und dann würde ich sagen, was das ist. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.